herzlich willkommen und zurück zu let's play bfa mit unseren jäger ja wir sind in einer instanz gelandet und da wollen wir mal sehen dieses neue film ist die tempel der ich weiß nicht mal ja okay wir brauchen ein tier wir brauchen ein tier ja so unser tier und auf geht's wollen wir mal gucken wie die neue instanz ist die kenne ich noch nicht ich gebe es zu ich war hier noch nicht drin auf jeden fall haben sie sind da irgendwelche schlangenköpfe schon mal mal gucken was dann auch kommt so sagen wir schießen ich musste erst etwas angeregt latour ist auch wieder dabei diesmal mich im test war mit einiger kollegen wo ich nachts aufgenommen habe mittlerweile schon 120 ich habe nicht so viel gas gegeben weil ich auch die anderen sachen mit aufnehmen noch ich brauche ein ziel so sehr schön ich weiß auch ich habe mal die karte an okay dann ist leichter erste bus kommen ich muss zuerst etwas anvisieren so stern ist auch online aber gucken ich brauche ein ziel da muss mal was kann wo man wo man auch vielleicht mal aufpassen muss vielleicht in hc fängt das an ich glaube ein bisschen über für die ersten instanzen deswegen läuft man ja nicht fast nur ich muss zuerst etwas anvisieren da ist der boss so gucken wir mal was er so kann er verschießt paar tornados aber das sonst anders weltbewegendes kann da glaube ich nicht ich habe kein flotso und schon der erste guten sehr schön immer noch 20 gs punkte fast schlechter als das was wir an haben aber stufe 3 der macht hier wird es beschossen hier müssen wir ein bisschen aufpassen hier lang ich brauche ein ziel sehr schön gluten vielleicht gibt es mal neue mats ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren sehr schön ich habe kein ziel aber dass man ja gibt ja selten solche brauche ein ziel ich habe kein ziel sehr schön so da hinten müsste schon der nächste boss sein oder da geht es schon zum nächsten boss hier attacke ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel was ist denn mit den komischen heiler los und pulte denn alles ist denn langweilig oder was kann ich also gar nicht ab dass hier so leute in das eb und ist gerade mal ein paar teile draußen laufen wir schon vor und pullen ja alles das kann ich so gar nicht sein wenn man schon zig mal die instanz gemacht hat ist ja ok 114 also so oft kann das auch noch nicht gemacht haben muss hier auch gleich der nächste boss sein ist das schon der boss natürlich auch sein dass das der bus schon ist ich habe kein ziel das ist aber nicht ein bisschen hartnäckig die mobs sind alles muten auf den das einmal hier tot ist so eine komische schlange auch noch attacke die kotz das ist okay ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel ich springt hier überall rum aufpassen ja so wie hier jetzt aufpassen zur seite und da ist sie wieder und attacke ich habe kein ziel ja mit euch ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel genau an uns vorbei hat sie sich gegraben voll in der kotze ich muss zuerst etwas anbieten ja aber haben wir so besiegt wieder ein elementar jetzt kommen die auch noch hier in der höhle ich brauche ein ziel ich brauche auch ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ein bisschen action hier machen ne weil es schneller geht und auch noch mal ich brauche ein ziel so ich habe auch geht schon weiter zum nächsten muss zehn uhr drei bosse sind wir dann fertig das weiß ich gar nicht auch schön geht es auf jeden fall nicht weiter soll ich irgendwo ein boss sein ich habe kein ziel jetzt bin ich auch mal gespannt bekommen wir aus den kleinen ist jetzt ein großer gewohnt jetzt schon wieder viel zu viel vorwasch ist eine ich brauche ein ziel ihr habt sichtlich ein talent für zerstörung doch auch nicht viel müsst ihr jede leiche nach schätzen fleddern unser wahres ziel ist zentrales klar müssen wir jedes ziel nach nach schätzen durchsuchen und los bei dir also was noch nicht der end muss geht es hier noch weiter nur was denn hier los ok man kann auch sehr viele pullen einfach mal ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel moment so weiter geht's ok die hätte ich nicht pullen müssen wo bringt er das denn hin ok coole mechanik das wird aber was in mystisch plus dungeons das ist zu weit entfernt ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ist nur gleich beim endboss sein sehr schön wie findet ihr wie findet ihr allgemein wf könnte es mal in die kommentare schreiben feedback geben was ihr zu den neuen etwas ich muss zuerst etwas anvisieren das stadtgebiet der horde ist auch okay ich hätte das gern für die allianz war ich mag sowohl lieber so nordisch bald und so das ist so eher was für mich als die anderen sachen aber ich finde den verlassen ziel von den trollen auch geil der könig natürlich die prinzessin die geht natürlich auch voll ab dann muss man mal sehen was da noch so kommt bin ja wir sind auch erst weit am anfang unserer reise aber ein ziel level 111 wir machen auch jedes gebiet durch bevor wir ins nächste gehen zwecks auch schon erfolge ich lasse mich nicht stressen auch wegen rate nicht und ja wir werden sehen ich musste ich habe ich an jedem hätte noch selbst wenn man eine pause gemacht hat ist man hinterher gekommen der bahn ist gebrochen aber die verteidigungssysteme des tempels wurden aktiviert und ich werde sie deaktivieren ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren jetzt mal ein boss hier muss man noch nicht schlecht nur die ganze diese avatars töten ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich gebiete über alles und ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel so haben wir leicht instanz fertig ich brauche ein ziel der sturm ist gebrochen sehr schön und ich bin wieder ich selbst ich danke euch so ich tut auch gleich noch mal alle durchgelutet ich bin geschwächt doch ich bin hier was schönes u2 80 wie machen wir das jetzt gucken wir noch mal kurz so dieser krieg muss ein ende finden okay so passiv stachel voll hat eine chance in höhe okay und ist das das mal schön das war's okay so jawohl ich danke auf jeden fall fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bei also morgen wir machen jeden tag eine folge von unseren jäger das wollen wir natürlich nicht verpassen bis morgen und auf wiedersehen bei bürger im lp tschüssi koski auf wiedersehen und bis zum nächsten mal 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 bis zum